willkommen es ist was passiert ihr könnt sicher denken eine unvollständige beschwörungsinformation und zwar double tube fünfte perna oder zweiter demon wir nehmen halt fünfte perna aber wir werden halt dann ja erledigen ich meine sitzen und nummer vier ich glaube das reicht ja ansonsten hier geht wo gegen sg kaki deswegen mache ich das ganze eigentlich er hier ja mit ihm auf jeden fall starten das ist der oberpower der dark unimmunscher probieren wir unser glück hier also um so halb gemirrt oder zwei drittel schauen wir mal wer das bessere ld net vibe ist und ja unten hier mit siara, civia, fermion ich habe keine ahnung ich vermute mal dass die civia übertrieben schnell wird also oder schnell sein wird so na gut probieren wir es wie viel damage ok ja der bioprog natürlich jetzt ne das heißt sein sniper geht auch gleich wieder auf meinen sniper aber wir out speeden ok so haa passiv gepoppt ich habe schon wieder naja ist ja wurscht eh wehe du planst mich nicht eh ja selbst wenn ist auch wurscht ne ja ok absoluter schwachsinn eh da den verlieren wir auch eh oh wir haben triple will das ist eigentlich ziemlich gut ähm ja warum nicht eh ok siara macht sowas wir machen sowas und sowas soll ich repression ja warum eigentlich nicht haa warum eigentlich nicht ok siara gestand ja das sind schon so viele dots oben ich glaube irgendwie nicht dass die irgendwie dass die irgendwie noch gewinnen können wundere mich irgendwie hier normal ich sage wir gewinnen das obere aber ja ok so wenn alles da rankommt ja stirbt alles dann dort ja was ich sagen hier oben halt klassisches rng na gut der kollege hier wohl die net 5 team oben hier gelten hier crack und niggang keine ahnung die wollen die mich totheilen oder aber ja dann kann ich auf jeden fall mein wassermank hier bringen unten halt oder dem team ja ich wollte ihn nicht mehr nehmen deswegen halt hier marscher was geht ja Okay Ja, das halt auf Krak, aber warum nicht Scheiß, Nigo Okay Ja, das auf Krak irgendwie nicht, dass die Okay, er macht Soul Protect, aber wir können ja strippen Und Bioprocken So, Deathbreak Okay Ja, eigentlich wurscht, glaube ich, hier Galdian schon keine Stacks mehr Oh, Bioprocken Hm Lass damage of Galdian machen, hier Okay, das wollte ich eigentlich nicht, dass der gerade killt Aber was soll's So, ich bin nicht schnall Krak Wir strippen nie gang Wir stun Ja, manche ist so Scheiße, manche Einfach eine Maschine Wahnsinn So Und Kein Proc diesmal Dafür Proc von Anabel Ja, keine Ahnung Absolut crappy Steaming Wie aber Was soll's Star Dude Habe ich je gewusst, dass meine Marshal schneller ist als Galeon Allein schon wegen dem Base Speed halt Natürlich Nicht so gut Aber was soll's Okay Cleanse Marsha Und wir schauen was wir mit Odin killen Hm Ja, lass dich trotzdem killen Aha Autsch Sleep Mayoprock Oh, scheiße Okay, ich glaube wir gewinnen nicht mehr Ja Allein die ganzen Allein die ganzen Bebuffs und meiner Biest weiter in her Ja Ja, okay Naja, lass dich machen Vielleicht sollte ich irgendwie Jara Aber Das wäre halt fad Na gut, komm hier Packt man den guten alten Theo aus Das Ding ist halt, der hat dann überhaupt keine Runen mehr Also Tanky mäßig und irgendwie Speed und so Nicht vorhanden Aber hey Ja, unten Miramar Keine Ahnung Was soll ich irgendwie noch großartig machen Irgendwie irgendwelche Random Teams halt So Das machen wir, hm Ja Was soll's Bringt eh nix Oh, Mayoprock So Das Ding ist halt Theo Okay, wir cleansen halt Warum nicht Kannst du Nein, kannst du nicht, hm Na gut So Dann irgendwas, hm Er ist so gut einfach, hm Unglaublich Okay, wir haben Patsive gepoppt Aber Wäre irgendwie wasted, hm Komm, lass irgendwie Vigor killen, hm Scheiß am Sniper Okay, Vigor down So Kill dich, hm Kill ihn Okay, killt ihn nicht Aber was geht der Sniper, hm Ja, wir haben halt den Dur, hm Aber was geht der Sniper, hm Gar nix mehr, oder Und der Proctor wieder, hm Das ist einfach eine Einfach eine Maschine, hm Scheiß, Mankie Okay, und Haha Ich meine, Jogun ist so langsam, hm Okay So, ja Wir müssen eh strippen Die haben Bull Will Oh, Paki Okay, Sierra Noch nicht down Ja, okay Hab's verstanden, hm Okay, Sierra hat absolut nichts gemacht, aber Man Paki Ist hoffentlich besser als Sniper, hm Ja, wollen Revenge Na wahnsinn Na gut, Freunde Das, ja Das war es schon wieder Ein unnötiges Net5 mehr Irgendwie ziemlich viel Pech in letzter Zeit Also irgendwie Eine Zeit lang hab ich mich echt gut gehalten Dass ich keine Dukes bekomme, aber Ja, mittlerweile halt, ne Wo ist Pernah? Mach's gut, Pernah Tja Einige werden mich dafür hassen, aber Hey Ich hab seit, weiß ich nicht Seit Fünf Jahren oder so Habe ich Vier Pernahs Und das einzige, was die Anderen Pernahs irgendwie Bei mir machen Ja, eigentlich Ich, ich mein Allein, dass ich, dass ich so eine Rune mal irgendwie aufheben wollte, ja Sagt eh schon alles, also Jesus, ja Sind halt wirklich einfach nur Ja, damit ich mehr Platz hab für Ich mein, diese nicht so übel Egal Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal